Oh nein! Sir, habe ich da vielleicht einen Pickel auf der Nase? Ich sehe nichts, scheint völlig... Quiddlington, du sollst dich auf deine Arbeit konzentrieren und nicht auf deine Nase! Arbeit? Vielleicht bin ich ja gar nicht mehr so lange Feuerwehrmann. Was? Du willst kein Feuerwehrmann mehr sein? Trevor sagte, dass ich vielleicht ein Superstar werde. Gut, aber denk dran, hier auf der Feuerwache bist du zuallererst mal ein Feuerwehrmann. Wenn du heute Abend im Fernsehen auftrittst, grüßt du dann deinen alten Freund Hauptfeuerwehrmann Stiel? Also ich glaube, er flog da lang. Dann sehe ich gleich mal nach. Und ich werde mich mal ums Essen kümmern. Ah! Oh, ein Gewitter! Wir sollten zurückgehen. Und was ist dann mit unserem Essen? Aber das Essen ist doch jetzt nicht so wichtig, Norman. Aber Sie haben den Vogel noch gar nicht fotografiert. Tja, vielleicht beim nächsten Mal. Komm mit. Tja, und jetzt geht's auf ins Fernsehstudio. Wenn Quittlington die Feuerwehr tatsächlich verlässt, müssen wir wohl einen Ersatz für ihn finden, Sam. Hat er denn wirklich gesagt, dass er geht? Na ja, er sprach davon, dass er vielleicht nicht mehr lange Feuerwehrmann sein wird. Er will stattdessen ein Superstar werden. Das sieht übel aus. Ich rufe lieber Hilfe. Es wäre sehr schade, wenn Elvis geht. Oh, äh, ein Moment, Sam. Ein Baum wurde vom Blitz getroffen. Wir müssen uns beeilen, sonst wird daraus noch ein richtiger Waldbrand. Ich werde Tom anrufen. Gute Idee, Sam. Nur dumm, dass Quittlington nicht hier ist. Wir könnten jetzt jede Hilfe gebrauchen. Wo bleibt denn der Bus? Hi. Kann ich ein Autogramm von dir haben, Elvis? Oh, klar, James. Oh, du hast dir ja auch ein Autogramm von Sam geholt. Ja, Sam rettet Menschen. Er ist ein Held. Und er darf immer mit Jupiter herumfahren. Schade, das kannst du ja jetzt nicht mehr, Elvis. Äh, nein. Da hast du wohl recht. Wir fangen jetzt damit an, die Kisten einzusammeln und zu sichern, Tom. Schau du bitte, ob du noch mehr entdecken kannst. Alles klar, Sam. Schon unterwegs. Eins, zwei, drei. Hopp! Sam, bitte kommen. Da dümpeln doch ein paar Kisten genau südlich von euch rum. Verstanden, Tom. Und wie ist die Situation am Strand? Bestens. Elvis und Charlie haben alles unter Kontrolle. Ähm, äh... Hier sind wir aber schon mal lang gekommen. Mr. Evans sagte doch, wir sollten seiner Nase folgen. Aber anscheinend weiß seine Nase den Weg überhaupt nicht, was? Aber was sollen wir denn jetzt machen? Jetzt, James, machen wir natürlich unser... ...Picknick. Ja! Haha, ich wusste, dass euch das gefallen wird. Na denn, wer von euch hat das Essen? Wir dachten, Sie hätten es. Ich? Nein. Aber ich doch nicht. Oh, das ist der blödeste Ausflug aller Zeiten. Halt, 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 halt. Wir verlieren doch nicht die gute Laune. Wir haben immer noch Spaß, oder nicht? Aber wir haben überhaupt nichts zu essen. Pah, wer braucht schon was zu essen? Ich zeige euch, was neue Kraft gibt. Oh, er denkt an seine Ukulele, aber vergisst das Essen mitzunehmen. Und die Pendie-Pfadfinder sind wir. Ganz kühn und wild, das ist mein Elixier. So ruft es dreimal laut heraus mit mir. Kommt, Kopf hoch, alle zusammen. Und die Pendie-Pfadfinder sind wir. Jurey! Gut, ich denke, das war's soweit. Das war wirklich ein hartes Stück Arbeit. Das habt ihr wunderbar gemacht. Es gibt Tee? Und Kekse auch. Na, kommt, Pfadfinder. Sicher, ich habe die Karte verloren und ihr habt das Essen vergessen. Hey, sie haben das Essen vergessen. Aber wir haben viel Spaß. Nicht wahr? Tja, ähm, ihr werdet euch freuen. Ich habe das Beste bis zum Schluss aufgehoben. Tada! Toll! Eine Seilbahnrutsche! Na, ich sagte doch, dass wir Spaß haben würden. Sam hat das vorhin eingerichtet, um euch zu überraschen. Ich will aber zuerst. Nein, ich will zuerst rutschen. Mr. Evans, wenn jemand zuerst rutscht, dann ich. Ich weiß nicht. Wenn Sam jetzt hier wäre, würde er uns das zuallererst vormachen. Äh, würde er? Auf jeden Fall. Ein guter Pfadfinderleiter sollte immer vorausgehen. Sie haben doch keine Angst, oder Mr. Evans? Sollten Sie die haben, würde ich zuerst erlang rutschen und die Leitung übernehmen. Nein, Norman. Ich tue es. Tut mir ja leid, Norman, aber ich kann nicht mit dir aufs Meer fahren. Bitte. Nein, ich muss heute das Ersatzruder lackieren, verstehst du? Im Notfall hält doppelt eben besser. Denn wenn das Ruder auf meinem Boot kaputt geht, muss ich trotzdem irgendwie steuern können. Aber ich kann das Ruder doch schon ganz toll bedienen. Oh, wenn ich es dir nur zeigen könnte, Charlie. Flieg, mein Drachen! Hier ist einfach nicht genug Wind für einen Drachen. Ich versuch's mal auf dem Feld beim Haus der Flats. Ich war richtig gut, Mom. Das hat Penny auch gesagt. Ach, mein kleiner Norman, der geborene Seemann. Na so was, das stürmt ja richtig. Bei viel Wind kann man prima segeln. Hey, ich könnte ja dich mit ins Boot nehmen. Du bist eine Erwachsene. Und Penny sagt, mit einem Erwachsenen darf ich. Och, bitte, Mom. Bitte. Bitte. Hoppla. Oh, Vorsicht, Norman. Ich weiß, was ich tue, Mom. Ja, du spritzt mich nass. Oh, Norman! Keine Panik, Mom. Ich hisse jetzt das Segel. Oh, Vorsicht! Wir kippen gleich um. Keine Angst, Mom. So, das Segel ist gehisst. Ich bin richtig gut, was? Oh, wir kippen um. Hilfe! Wir kippen um, Norman. Schon gut, Mom. Das gleiche ich mit Rudern wieder aus. Oh, jetzt sieh nur, was du angestellt hast. Oh, Norman, bring mich wieder an Land. Er wird ganz schlecht in diesem Boot. Ich begreife das einfach nicht. Warum will er nicht fliegen? Tja, Wind ist genug da. Sollen wir ihn vielleicht helfen? Hauptfeuerwehrmann-Stil? Ja, nein, ich brauche keine Hilfe, Kinder. Ich teste nur, was dieser Drachen hier so alles kann. Das kann ich Ihnen zeigen. Ja, meiner Träume. Oh, wir sind so weit draußen. Und es ist zu windig. Bring mich an Land, Norman. Der Sturm wird uns noch umblasen. So windig ist es doch gar nicht, Mom. Beruhige dich. Oh, aber jetzt fahren wir ja im Kreis herum, Norman. Das liegt daran, dass ich nur ein Ruder habe. Oh, ich glaube, mir wird gleich schlecht. Unsere heutige Übung ist geradezu überlebenswichtig für den modernen Brandbekämpfer. Tom Thomas wird uns in die schwierige Kunst des Abseilens einführen. Sehr gern. Die Übung beginnt im obersten Stockwerk des Trainingsturms. Hier, zum Boden, hier. Alles unter Toms fachkundiger Anleitung. Gute Idee, Sir. Ich lerne gern was Neues. Warum können wir denn nicht die Leiter nehmen? Kein Skateboard mehr? Ja, das Brett ist durch. Jetzt haben wir nur noch zwei Stück. Ich will ein neues, aber meine Mom kauft mir erst eins zu meinem Geburtstag. Aber das dauert ja noch ewig. Wieso wünschst du dir nicht einfach eins, Norman? Einfach wünschen? Ja, bei dem alten Wunschbrunnen, wo der Talweg verläuft. Immer schon haben Menschen da Geld für Wünsche reingeworfen. Der Brunnen muss voller Geld sein. Bestimmt genug, um ein neues Skateboard zu kaufen. Der Trick ist, ganz entspannt zu bleiben, um in gleichmäßigen Sprüngen an der Wand runter zu gleiten. Und dieses Spezialseil gibt euch dabei ausreichend Halt. Ganz schön hoch oben, Elvis, was? Das unten macht mir mehr Sorgen. Na dann. Wer will? Ich will, Tom. Gut. Oh, klasse, Penny. Ja, gut. Erst klasse. Toll. Und jetzt? Ich versuche es, Sir. Erste Sahne, Sam. Ja, äh, erst sahne. Äh, so, Quiddlington. Zeig, was du kannst. Sandwich, Norman? Äh, ich würde mich hier gern erst etwas umsehen. Du wirst niemals ein großer, starker Junge, wenn du nicht deine Sandwiches aufisst. Nein, Mom, ich bin ein großer, starker Junge. Ach, und ich will mich jetzt umsehen. So ungeduldig, was soll's. Guten Appetit, Trevor. Krabbenpaste. Wissen Sie, Dillis, ich, äh... Wie kann ich dann eins haken? Äh, äh... Ach, alles klar. Ich muss da jetzt nur runterklettern und die Münzen einsammeln. Und dann heißt es Hallo Skateboard. Oh, gut. Alles trocken und auch nicht zu tief. Ist doch, Kinder, leicht. Äh, äh... Ah! Hallo? Mehr nach links, mehr nach rechts. Soll ich hochkommen und helfen, Sam? Danke. Das letzte Stückchen schaffe ich auch noch, Sir. Nur keine Sorge, Mike. Ich hole Sie da runter. So schnell können Sie gar nicht gucken. Was mich an den Vorfall erinnert, als wir mal eine Kirche evakuiert haben. Nur wegen einer Blindschleiche. Ich fuhr hier zufällig vorbei und fand ihn genauso vor. Oh, kannst du dich da nicht irgendwie herauswinden, mein Schatz? Habe ich versucht, Mom. Es liegt an seinen Ohren. Oh, Norman. Du bist noch viel schwerer zu hüten als ein Sack Flöer. Ich denke, wir sollten lieber Feuerwehrmann Sam rufen. Mhm. Ja, ich habe natürlich mein extra dickes Unterhemd angezogen. Äh, ich muss Schluss machen, Mom. Hm? Norman hat seinen Kopf in einem Gitter festgeklemmt? Oh, äh, äh. Ich bin gleich bei dir. Vorsicht, eile mit Weile. In der Ruhe liegt die Kraft. Wie bitte? Ein weiterer Rettungseinsatz. Jemand hat sich den Kopf eingeklemmt? Keine Sorge, damit werde ich allein fertig. Oh, äh, es sei denn, ihr braucht mich hier. Oh, nein. Machen Sie nur, wir bringen das hier zu Ende, Sir. Sam hat es geschafft. Dad ist gerettet. Oh, vielen Dank, Sam. Ja, danke, Sam. Ähm, aber wo wir doch gerade hier sind, kann ich nicht schnell die Antenne wieder anbringen? Lassen Sie mich durch, geben Sie den Einsatzkräften Raum. Norman Price. Wer wohl auch sonst? Ach, hallo, Hauptfeuerwehrmann Stiel. Bitte helfen Sie meinem Jungen. Meinen Sie, Sie können ihn frei bekommen? Treten Sie beiseite und lassen Sie mir bitte etwas Platz, ja? Da muss ich an einen Jungen denken, dessen Kopf steckte fest in einem Gartentor. Nur war sein Kopf mir so eingeklemmt. Ja. Äh. Oh. Äh. Oh, nein. Nein, 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 nein. Hilfe, ja, ich hänge fest. Los, ziehen Sie. Ja, oh, nicht da dran, Mister. Das liegt an seinen Ohren. Die stehen noch mehr ab als meine. Och, das ist alles so lächerlich. Richtige Hilfe muss kommen. Es ist ein Unglückstag, mit mehr Pech als genug. Geld verloren, der Zahnarzt hat Bohren und mein Bein ging zu Bruch. Hm, mit einem Toaster muss man sehr vorsichtig umgehen. Dad? Was denn? Wenn man eine Sache auf keinen Fall tun will, die aber alle anderen ganz toll finden, heißt das dann, man ist nicht cool? Mandy, um cool zu sein, musst du nicht das tun, was andere dir sagen, sondern du musst das tun, was du für das Richtige hältst. Also, wer ist der coolste Daddy auf der ganzen Welt? Au! Kommst du raus zum Spielen, Mandy? Wieso? Damit du mich dann wieder ärgerst? Oh, verstehst du denn gar keinen Spaß? Jetzt komm schon. Geh nur raus und spiel mit Norman, Mandy. Oh! Eins, zwei, drei, vier. Wo ist nur die fünfte geblieben? Ich bin mir sicher, dass sie eben noch hier lag. Hey Tom, bereit für die Kletterübung? Was? Tja, es gibt da ein kleines Problem. Eine der Leuchtraketen ist weg. Was? Soll ich dir beim Suchen helfen? Nein, sie muss hier ja irgendwo sein. Geh du nur schon vor und wir treffen uns dann bei den Klippen. Soll ich dir wirklich nicht helfen? Nein, wirklich nicht, Penny. Dann bis nachher, Tom. Ja, bis nachher. Okay, jetzt verstecke ich mich. Mach die Augen zu und zähl bis 100. Eins, zwei, zwölf. Hey, nicht schummeln. Zieh richtig. 19, 27, 34, 52, ... Oh, was ist das? 69, 76, 99, 100. Gefunden. Du hast dich ja gar nicht versteckt, Mandy. Norman, sieh dir das an. Eine Leuchtrakete. Wow. Wow. Diese Dinger sind echt toll. Wenn man sich verlaufen hat oder so, dann zündet man sie an und sie steigen ganz hoch in den Himmel auf. Und dann kommt jemand und du wirst gerettet. Wo hast du die denn gefunden? Sie lag da. Da im Gras. Cool. Zünden wir sie an. Was? Hurra. Wir machen unser eigenes Feuerwerk, Mandy. Also, ob das so eine gute Idee ist? Na, nein. Das ist eine tolle Idee, ja. Vielleicht sollten wir sie Feuerwehrmannsherrn geben. Ach, jetzt sei doch keine Spielverderberin. Komm mit. Ich weiß einen Ort, wo wir sie loslassen können. Ach, dieser Tom. Wo steckt er denn nur bloß? Na, dann fange ich eben ohne ihn an. Er wird ja sicher jeden Moment hier sein. Hier. Ja, das ist doch wohl ein toller Ort, um sie anzuzünden, oder? Immerhin ist hier kein Mensch in der Nähe. Nur ich, du und die Rakete. Bist du auch sicher, dass das nicht gefährlich ist? Mandy, du klingst schon genau wie meine Mom. Wie soll denn etwas gefährlich sein, womit man sonst Menschen rettet? Hm, da hast du recht. Hm. Was soll denn das mal werden, wenn's fertig ist? Das soll überhaupt nichts werden, Norman. Das ist Kunst. Oh, ist das da dein Beitrag für die Blumenschau, Elvis? Überaus modern und gewagt. Oh nein, das ist Hauptfeuerwehrmann Stils Tomatenstrauch. Oder war es eben noch? Und wo sind die Tomaten hin verschwunden? Alle abgefallen, als ich ihn hingeworfen habe. Das gibt bestimmt einen Riesenärger. Nur keine Panik jetzt, Elvis. Ich bin schon in weit größeren Schwierigkeiten gewesen. Ich wüsste, was zu tun ist. Tja, bin ich ein Genie oder bin ich ein Mega-Genie? Ja, aber man sieht die Klebestreifen an den Tomaten doch ganz genau. Das merkt keiner. Man muss den Strauch nur hinter was ganz Großem und ganz Hässlichem verstecken. Und ich wüsste auch genau, was das sein könnte. Was für ein Prunkstück, hm? Das brodelt auch wie in einem Vulkan da drin. Dann gräbst du den Kompasstaufen jetzt endlich mal um? Schließlich hat Sam vorhin gesagt... Nicht jetzt, Mandy. Ich habe keine Zeit. Es wird nämlich allerhöchste Zeit, dass die Blumen- und Gemüseschau beginnt. Also nun stellt sich das Ihnen vor. Hast du so etwas schon mal gehört? Zu dumm, Gewinner-Tomate. Du wirst den ersten Preis kaum noch gewinnen können. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Wo ist meine Tomatenpflanze? Oh, tja, ich habe sie im Schatten, steht sie, damit sie keinen Sonnenbrand kriegt, Sir. Oh, clever mitgedacht, Quiddlington. Hallo zusammen. Wo darf ich meine Küchenkräuter hinstellen, Mike? Hier vorn, Gwendolyn. Und wann wird Sam die Sachen begutachten? Er wollte noch die Schläuche in der Feuerwache aufrollen. Doch er muss jeden Moment kommen. Also dann, kommt jetzt alle mal her. Ich möchte euch alle auf das Herzlichste zu meiner Blumen- und Gemüseschau begrüßen. Danke, dass ihr hier seid. Es war viel vorzubereiten, aber nun kann ich voller Stolz sagen... Dad! Dad! Der Komposthaufen! Jetzt doch nicht, Mandy. Aber nun möchte ich mit Stolz feststellen, dass die ganze Arbeit... Oh nein! Da! Der Haufen! Er brennt! Das ist unglaublich! Holt Feuerwehrmann Sam! Was? Ein brennender Komposthaufen bei den Flats? Wir haben es hier also eigentlich gar nicht mit einem echten Notfall zu tun, Gwendolyn. Tut mir leid, Sam. Ich weiß auch nicht, wieso Tiger ständig von zu Hause fortlaufen muss. Aber Katzen sind doch dafür bekannt, dass sie einfach mal ein paar Tage verschwinden. Er könnte sonst wo sein. Da draußen. Ganz allein. Also, ich werde meine Augen nach ihm offen halten. Wenn er Hunger hat, kommt er sicher wieder. Ja, da hast du sicher recht, Sam. Bei Hunger fällt mir ein, ich muss noch Essen für die Zwillinge machen. Die müssten jeden Moment von ihrem Schulausflug zurück sein. Bis dann! Ach, das bringt auch nichts. Noch ein paar Versuche und die Batterie ist leer. Ich will nach Hause. Und wenn uns nun keiner hilft? Was dann? Was sollen wir dann nur essen? Oh, also daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Jetzt gibt es wohl nur noch eins. Ich gehe los und hole Hilfe, bevor es noch dunkler wird. Aber Trevor, Sie können da nicht alleine rausgehen, wenn Sie sich nun verirren. Oder wenn das wilde Tier Sie schnappt. Also in meinem Reiseführer steht, man soll ein liegengebliebenes Fahrzeug nie verlassen. Man soll zusammenbleiben und auf Hilfe warten. Es könnte Stunden dauern, bis uns jemand findet. Und ich habe Bärenhunger. Kein Tiger. Und jetzt fehlen auch noch James und Sarah. Wo stecken die denn nur alle? Oh, nur ein Vogel. Hallo? Hallo? Ist da wer? Reiß dich zusammen, Trevor. Meine Füße stecken fest. Ich stecke im Schlamm fest. Hilfe! Hilfe! Hallo, ihr zwei. Ist Tiger immer noch verschwunden? Es geht nicht mehr nur um Tiger, Charlie. Die Kinder sind noch nicht vom Schulausflug zurückgekehrt, Charlie. Aber der Bus müsste doch längst wieder da sein. Ich rufe besser mal Feuerwehrmann Sam an. Der Schulbus ist nicht vom Schulausflug zurückgekehrt und es sind Kinder an Bord? Los! Trevor Evans und die Kinder von Pontypenny sind nicht vom Schulausflug zurückgekehrt. Jede Sekunde zählt. Also niemals in geschlossenen Räumen Feuer machen. Und wo ist Grillen sonst noch verboten? Penny. Zu nahe an einer Hecke oder einem Gebäude, Sir. Man könnte sie in Brand setzen. Hervorragend. Man will sie ja nicht abfackeln, diese saftige, mutterzarte Grillwürstchen. Verzeihung, Sir, aber wenn Sie doch immer zu von Würstchen reden. Tja, äh, ja, ja. Wo darf man sonst noch nicht grillen, Sam? Auf keinen Fall unter einem Baum. Der könnte leicht Feuer fangen. Ja, hervorragend. Ist das nicht eine Freude? Es geht ja wohl nichts über ein richtiges Feuer. Oh, Mann. Oh, Entschuldigung. Kommt doch hier rüber, Dillis. Solche Probleme gibt es bei meinem Supergrill nicht. Seht mal her. Ist das toll? Absolut rauchfrei und gleich grillbereit. Also, das ist ja viel besser. Nun wartet. Der Qualm ist doch sofort weg. Oh, Riesengarnelen schmecken ganz sicher super. Wann kann ich endlich eine davon probieren? Keine Sorge, Sportsfreund. Es geht gleich los. Hm. Was machen die Würstchen? Fast fertig. Seht ihr? Und sie riechen einfach unschlagbar. Zubereitet auf einem richtigen Grill. Oh, Trevor. Vielleicht werden sie doch der Grillmeister von Pontypandy. Na, wer möchte die Riesengarnelen probieren? Frisch schmecken sie am allerbesten. Oh, das ging aber schnell, Tom. Oh, Tom. Oh, ja. Sehr schmackhaft. Es ist Würstchenzeit. Wow. Dies ist eine ganz normale Gasflasche. Einige Geräte verwenden Gas anstatt Kohle, um darauf diese saftigen, leckeren Würstchen zu klären. Sollte man die Flasche nicht von offenem Feuer fernhalten? Ganz richtig, Sam. Denn werden sie zu heiß, können sie explodieren. Dürfen wir jetzt endlich rüber zu dem Grillfest gehen, Sir? Also, wer ist der große Grillmeister von Pontypandy? Oh, das ist so schrecklich schwer zu entscheiden. Ich habe noch Hunger. Am besten ich esse noch mehr, dann kann ich genau sagen, wer hier der Grillmeister ist. Da würden wir auch gern mitmachen. Wir sind am Verhungern. Kein Problem, Gwendolyn. Ich grille euch viel schneller ein paar Riesengarnelen als Trevor seine Grillwürstchen. Tja, das werden wir ja sehen. Ich drehe mal das Gas weiter auf und schon grille ich noch schneller. Tom, ist das nicht super? Als wenn das nur mit Gas ginge. Ich muss hier einfach mehr Kohle auftun und schon grille ich gleich doppelt so schnell. Da lache ich doch nur. Ich drehe das Gas einfach weiter auf bis zum Anschlag. Dann lege ich den ganzen Sack Kohle auf und lasse es schön glühen. Denn dagegen kommt dein Gas nicht an. Ich werde dir zeigen, wer hier der Grillmeister von Pontypandy ist. Äh, ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Hä? Oh! Mir fällt der Name des Liedes nicht mehr ein, das ich singen wollte. Im Titel kam das Wort Kartoffel vor. Also ich kenne keine Lieder über Kartoffeln. Oder vielleicht war es auch Kohlrübe. Oh, äh, ich finde meinen Gummistopf nicht. Der muss doch hier drin sein. Oh, aha! Puh, so. Und jetzt der Türgriff. Wo ist mein Schraubendreher? Hey, was ist das nur für ein Geräusch? Au! Hey, was ist das denn? Oh, was soll ich denn jetzt nur tun? Alles klar, Sir. Wir beginnen dann jetzt mit der Übung, ja? Oh, je. Oh, weh. Hilft mir. Ich bin eine alte Dame, die hinter einer Verklemmtür fett ist. Gut, also. Als allererstes müssen wir die alte Dame etwas beruhigen. Was soll ich denn jetzt nur tun? Tja, und das heißt, wir müssen ihr die Angst nehmen. Doch am allerwichtigsten ist, dass wir selbst ganz ruhig bleiben und immer eins nach dem anderen angehen. Tut mir leid, Sam. Ich kann dich nicht hören. Ich auch nicht. Wie mach ich mich? Wirklich sehr gut, Sir. Vielleicht ein ganz kleines bisschen zu laut. Ich bin eine alte Dame in einer Notfallsituation. Da muss ich doch schließlich laut sein. Und jetzt genug geredet. Rettet mich schon endlich. Oh, ich habe eine Idee. Ich stelle den Hauptwasserhahn ab. Äh, wo ist jetzt der Hauptwasserhahn? Oh, oh, richtig. Der ist ja oben. Ähm, ähm, oh, ich weiß. Ich klebe das Rohr einfach zu. Ja, was ist das denn jetzt? Ich klebe fest. Aha. Mit dem Eimer kann ich das Wasser rausschöpfen. Oh nein, hätte ich die Tür nur vorher repariert. Und jetzt sitze ich hier drin fest. Eine Kartoffeln, zwei Kartoffeln, drei Kartoffeln, vier. Fünf Kartoffeln, sechs Kartoffeln. Sieben Kartoffeln hier. Kartoffeln, die sind lecker. Fast so sehr wie... ...es Papier. Ja, äh, doch wirklich sehr hübsch, Tillis. Das ist seltsam. Eigentlich wollte Mike längst hier sein, um sich auf sein großes Duett mit Elvis vorzubereiten. Dann kann ich ja weiter singen. Vielleicht sollten wir lieber mal nach ihm sehen. Er wollte im Keller ein undichtes Rohr für mich reparieren. Oh, ich glaube, das mit dem undichten Rohr ist schlimmer geworden. Hallo. Was willst du denn wohl hier? Du bist hier angespült worden. Nicht wahr? Und deine Mutter ruft dich. Keine Angst, ich rette dich schon. Der Strandsucherwettbewerb ist jetzt sowieso nicht mehr wichtig. Ich brauche dringend Hilfenamen. Ich habe gerade einen Wal gefunden. Ja, klar. Und ich gerade eine Meerjungfrau. Sieh's endlich ein, Mandy. Ich bin der König der Strandsucher. Oh, was ist denn los, Mandy? Ich, ich habe am Strand einen Wal gefunden. Was? Soll das etwa heißen, nicht im Wasser? Genau. Die Flut hat ihn wahrscheinlich an Land getrieben. Wir müssen ihn feucht halten und irgendwie zurück ins Wasser bringen. Er ist aber riesig. Dann brauchen wir auch riesig viel Hilfe. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Seid ihr alle bereit? Und lächeln. Das geht vor, Trevor. Ein Wal liegt auf dem Strand? Gestrandet? Mandy hat einen gestrandeten Wal gefunden. Ihr müsst euch beeilen, Sam. Klingt, als würden wir Venus dafür brauchen. Kannst du uns folgen, Penny? Selbstverständlich, Sam. Wir müssen sehr schnell sein, Elvis. So ein Wal gehört unbedingt ins Wasser und auf keinen Fall an den Strand. So ist das, Trevor. Ein Feuerwehrmann hat eben niemals frei. Außer er hat, ähm, er hat mal frei. Zu dumm. Ich hatte mich sehr gefreut, von euch allen ein Foto zu machen. Ach, es ist wohl kaum möglich, ein paar Fotos von Ihnen zu schießen, oder? Es, äh... Ich glaube, so ein paar Schnappschüsse werden schon gehen. Jetzt gucke ich mir mal an, wie viel Mandy wirklich gefangen hat. Abgesehen von dem Wal. Ein Krebs, ein Seestern und sonst nichts. Ah! Ein Hai! Sam ist da! Schnell, Sam! Der Wal braucht Hilfe! Los, Penny, du fährst mit Venus vor. Und du führst uns hin, Mandy. Hoffentlich hält der Wal noch so lange durch. Bestimmt, Mandy. Das haben wir gleich. Ähm, ich glaube, der hier ist genau richtig, Delis. Oh, eine sehr gute Wahl. Weiter, sagtest du vorhin nicht, dass du auch noch Hemden bügeln musst? Ähm, ja, das stimmt. Also, ich habe da was ganz Neues reinbekommen. Und zwar ein wirklich fantastisches Bügelspray. Es duftet nach Sommerwiese. Pass mal auf. Ach, was für ein herrlicher Duft. Riechst du das, Sam? Hi, Sarah. Wenn du mal was richtig Cooles sehen willst, dann musst du mit um die Ecke kommen. Äh, na gut. Na dann komm! Warte. Erst mal muss ich Butler irgendwo festbinden. Ist ja nur ganz kurz. Das ist Mike. Klingt, als wäre er in Schwierigkeiten. Verflitschter Funkenflug. Hilfe! Halt mich hier runter! Ganz ruhig, Mike. Ich muss nur die Leiter holen. Warte. Ich halte ihn fest, Sam. Gut gemacht, Trevor. Ich kann mich nicht mehr lange halten. Mike! Mike! Oh, geht's dir auch gut? Ja, alles klar. Mir geht's gut. Dank Sam hier. Da hast du aber Glück gehabt. Hast du die Regenrinne denn nun repariert? Und? Wie findest du das? Ist das alles? Ähm, oh nein. Das ist längst nicht alles, Sarah. Ähm. Mike braucht jetzt eine schöne Tasse heißen, süßen Tee. Wenn Sie schon mal dabei sind, nehme ich auch einen, Tillis. Nanno? Oh nein. Ich habe die Handbremse nicht angezogen. Bleibt hier. Recht vielen Dank, Sam. Gut, dass du heute frei hast. Denn sonst wärst du ja nicht da gewesen. Und jetzt? Tja, ähm, schau her. Oh je. Ach, was für eine riesen Aufregung. Aber ich muss jetzt weiter. Ja. Ich habe auch noch so einiges zu erledigen, Mike. Hilfe! Hallo, Mandy. Sam hat mir Schnuffi ausgeliehen und ich will mit ihm auf die Wiese und da ein bisschen Schafe hüten üben. Hast du Lust mitzukommen? Oh ja. Ich frage nur schnell, Mom. Hallo, Norman. Ah, bis später, Schatz. Ich fahre nur kurz nach Newtown. Holz abholen. Ist die Beifahrertür auch in Ordnung? Oder klemmt die immer noch? Ja, das muss noch warten. Ich kümmere mich nachher drum. Ich habe mir überlegt, dass ich gern Schäfer sein möchte, wenn ich groß bin. Darum habe ich Schnuffi extra ausgeliehen. Ich übe heute mit ihm Schafe hüten. Schnuffi? Als Hirtenrund? Aber Menschenratten ist doch was ganz anderes als Schafe hüten. Er kann das schon. Ich zeige es dir. Na los, Schnuffi. Du treibst jetzt ganz schnell Lämpchen und Wuli hinter dieser Absperrung. Lauf schon. Husch. Mach schon. Schafe treiben. Lauf hinter ihn her. So geht das. Ist ganz leicht. Schnuffi versteht davon doch keinen Ton. Du musst ihm Kommandos geben. Das mache ich ja, Mandy. Ähm, zusammentreiben, Schnuffi. Du weißt schon, retten. Stopp! Nicht da lang. Bleib hier. Komm zurück. Halt. Nein. Schnuffi, bei Fuß. Komm zurück. Die werden wir niemals wieder einholen. Gerade noch so. Was war das? Schnell! Oh nein, Dad! Bist du verletzt? Nein, nichts passiert. Aber ich komme nicht raus. Die verflixte Tür. Feuerwehrmann Sam kriegt die wieder auf. Das auch noch. Ich habe mein Handy vergessen. Ich weiß was. Wir schicken Schnuffi los. Ähm, los, hol schnell Hilfe, Schnuffi. Weißt du? Sam, beeil dich. Sam hatte recht. Schnuffi ist ein wirklich klasse Rettungshund. Aber überhaupt kein Hirtenhund. Schnuffi, was willst du denn hier? Wo sind Mandy und Norman? Stimmt irgendwas nicht? Ich sage Feuerwehrmann Sam Bescheid. Ich bin der Geist von Pondy Pondy. Hallo, Norman. Ach, ihr seid gemein. Mandy hat euch sicher gesagt, dass ich es bin. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe deine Mom erschreckt, aber du bist ja noch niemanden. Ha, aber Halloween ist doch nicht vorbei. Jetzt zünden wir die Kürbislaterne an. Oh, na endlich. Oh, also das ist wirklich gruselig. So etwas Gruseliges kriegst du niemals hin, Norman. Ha. Ich glaube, dein Dad wird draußen gleich das Feuer anzünden. Hurra! Ja! Ich werde den Kürbis in ein Geist verwandeln. Perfekt. Wann kommen die anderen denn endlich? Ich habe schon solchen Hunger. Ach, die kommen schon noch, Mandy. Ich weiß, Norman kann uns doch so lange seine Geistergeschichte erzählen. Na gut. Aber das ist nicht nur eine Geschichte, sondern es ist ganz in echt passiert. Na klar, Norman. Jetzt erzähl schon die Geschichte. Es war eine dunkle und stürmische Nacht, Halloween. Der Geist von Pontypendi wanderte mit seinen klappernden Ketten durch die leeren Gassen und heulte. Uuuuh. Das klingt aber mehr nach einem Seehund. Und der ganz in weiß gekleidete Geist wanderte den Berg hinauf zu dem Haus, in dem er einst wohnte. Dieses Haus. Er ging einfach so durch die Wand und direkt ins Wohnzimmer. Und dann ging er rüber zum Fenster. Und dort nahm er dann sein Kopf ab. Norman, du bist ein Spaßvogel. Und dort steht der Geist jetzt auch. Und er starrt euch alle an. Na los. Wenn ihr euch traut, dann dreht euch doch mal um. Na gut. Oh nein. Oh nein. Der Kürbis brennt. Ruf Feuerwehrmann Sam. Oh, ein Feuer im Haus von Mike Flatt. Oh je. Ein Feuer im Haus der Flatt. Beeilt euch. Geht es um Mikes Halloweenfeuer, Sir? Ich fürchte, das Feuer ist außer Kontrolle geraten. Wir wollten nach Dienstschluss auch auf die Halloweenparty gehen. Also, dann könnte ich doch auch gleich mitkommen, nicht wahr? Dann können wir ja an Bord gehen. Na endlich. Wo kommt denn der Rauch daher, Dad? Du hast die Glut doch eben wirklich gelöscht, nicht wahr, Charlie? Beim Kabeljauk-Café hat eine Mülltonne Feuer gefangen. Hm, sie rücken schon wieder aus. Und ausgerechnet heute habe ich frei. Aber ich muss hier den Garten in Ordnung bringen. Entschuldigt, dass wir euch schon wieder rufen mussten. Ach, kein Problem. Ein Einweggrill hat das Feuer verursacht. Ich hatte einen Eimer Wasser draufgekippt, damit er ausgeht. Es ist immer besser, nochmal nachzuschauen, um ganz sicher zu gehen. Weißt du, was du tun solltest, wenn ihr gleich auf der Wache seid, Elvis? Mach Penny einen schönen Becher heiße Zitrone. Sehr gute Idee, Gwendoline. Das Meer ist ganz leer, Dad. Wir haben noch nicht mal einen einzigen Fisch. Hm. Wir versuchen es mal woanders. Hey, da hat einer angebissen. Oh, das muss ein Riese sein. Alle zusammen, hoch damit. Los, komm. Dad, irgendwas hat sich in der Schraube verfangen. Oh nein. Der Motor ist kaputt. Aua. Und mein Fisch ist weg. Ich muss ganz schnell Hilfe rufen. Schon wieder. Ein Unfall auf hoher See? Oh, Familie Jones schon wieder. Und jetzt? Ratet mal, wer uns ruft. Die Jones. Die ganze Familie ist in Seenot. Also nichts wie los, Penny. Ich glaube, dir geht es wirklich nicht gut genug für den Einsatz, Penny. Meinen Sie nicht, ich sollte lieber hinfahren, Sir? Hapa la papp. Cridlington, dafür ist eindeutig Penny zuständig. Sie ist unsere Expertin für Neptun. Gut, ich erledige diesen letzten Einsatz und dann gehe ich nach Hause. Wie du meinst. Da ist der Schatz. Und er ist völlig unbewacht. Ich sag's ja, Jungs sind die besseren Piraten. Lass uns den Schatz plündern, James. Ist schwerer als eben. Los, wir bringen ihn zum Schiff, James. Das war eine tolle Idee, Mandy. Ja. Die werden einen schönen Schreck kriegen, wenn sie den Korb aufmachen. Kapitän Sarah. Sollten wir wirklich allein rausfahren, Captain Norman? Klar. Die See ist doch ganz ruhig. Und hier draußen kriegen die Mädchen uns niemals. So machen echte Piraten das nun mal. Naja, aber ich bin schon so müde. Ich auch, ja. Also werde ich jetzt mal ein Piratenschläfchen halten. Ha. Jetzt lauf nach Hause. Hopp, hopp. Hallo, Sir. Haben Sie einen neuen Freund? Nein, Sam. Er ist mir zugelaufen. Der kleine Tiger hält sich für eine Feuerwehrkatze, Sam. Na komm, Tiger. Ich bring dich heim. Tiger, nein! Schnüffler tut dir doch nichts. Oh je. Eine echte Meisterleistung. Ich hole ihn da schon wieder raus. Hier, Kitty, 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 Kitty. Wir bräuchten was zu fressen, um Tiger rauszulocken. Gute Idee, Sam. Ja. Irgendwas mit Fisch. Hervorragend. Aber ich war gar nicht einkaufen. Der Kühlschrank ist ganz leer. Nein. Haben Sie vielleicht etwas mit Fisch, Sir? Äh, naja, ich hätte da wohl noch meinen Thunfisch-Sanfish, nehme ich an. Oh, Zeit für das Picknick. Oh, Steine. Norman, wach auf. Äh, was? Kein Wunder, dass der Korb so schwer war. Diese doofen Mädchen haben ihn mit Stein gefüllt. Jetzt vergiss doch mal das Picknick. Wo sind wir? Wir müssen von der Küste weggetrieben sein, als wir schliefen. Alter! Jungs sollen bessere Piraten sein als Mädchen? Pah, ob sie die Steine schon gefunden haben, Kapitän Sarah? Klar, aber ich kann die beiden nirgendwo im Hafen entdecken, Mandy. Sie müssen bald aufs Meer hinausgefahren sein. Na, ihr Piraten, habt ihr schon Schiffe entdeckt? Nein, Dad, das ist ja das Problem. James und Norman sind irgendwo da draußen auf dem Meer, in ihrem kleinen Boot. Hast du den Schlüssel schon, Elvis? Nein, Sam, es passt nur der kleine Finger rein. Da komme ich nicht tief genug. Cridlington, was soll das denn werden? Mir ist mein Schrankschlüssel in den Abfluss gerutscht, Sir. Ich kriege ihn nicht wieder raus. Hm, wenn mir wieder erwarten, mal etwas in den Abfluss rutscht, binde ich einen Haken an ein Band und hole es raus. Das ist eine sehr gute Idee, Sir. Diese Blumen sind ja ganz in Ordnung. Nur sind es keine Pontipendifeilchen. Pontipendifeilchen? Was ist denn das? Ach, das sind bloß Mams super Lieblingsblumen. Wie gern sie doch zur Teezeit welche davon auf dem Tisch stehen hat. Aber ich bin ja so beschäftigt mit Schuhe putzen. Dann muss ich sie eben für sie besorgen. Wie nett. Aber dafür muss man ganz hoch in die Berge gehen. Oh, das ist ja echt dumm. Darum habe ich dir eine Karte gemalt. Oh, ähm, ist ja klasse. Ja, ja. Halt dich schön ran, dann bist du zur Teezeit wieder da. So, es geht los. Wartet. Ich habe ihn. Leider bloß ein furchtbar ekliges Stück Salat. Ich glaube, was wir hier jetzt langsam brauchen, ist ein bisschen Teamwork. Pass auf, Penny. Ich werde leuchten und du sagst Elvis, wohin er den Haken drehen soll. Etwas nach rechts. Nein, 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 zu weit. Links rum. Langsam. Ja, du hast ihn. Jetzt ganz vorsichtig hochziehen. Ja! Gleich gibt es leckeren Kuchen. Hm, vielleicht habe ich mich etwas verlaufen. Welcher Weg wohl der richtige ist? Hm, an dem Baumstamm bin ich doch schon vorbeigekommen. Einen Moment mal. Das sieht wie eine rote Blume aus. Nur ein blödes Stück Stoff. Hilfe! Hallo! Ich zeige mal, wie ordentlich Derek ist. Ist doch kinderleicht. Halt mal. Stinkbomben? Eine falsche Fliege? Und wenn ich mich nicht komplett irre? Eine Springschlange. Der Klassiker. Kleiner, böser Derek. Hinter seiner langweiligen Strebermaske ist er genauso drauf wie ich. So übel ist er anscheinend doch nicht. Hoffentlich kommt er bald wieder, damit wir damit spielen können. Denn er ist kein Brand. Ja, Feuerwehrmann-Fam. Dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann-Fam. Was immer dich bedroht. Und derrijred. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein TáV-Klinikband. Ich freue mich. Derrick.